Heya, wir sind dir heute in der nächsten Folge der MSV Duisburg Karriere angelangt und es ist hoffentlich der letzte Part in der dritten Liga, denn ihr habt dafür abgestimmt, dass der April und der Mai in einem Part vorkommen. Das bedeutet, wir werden hier wahrscheinlich einen XXL-Part vor uns haben und ich hoffe natürlich, dass wir am Ende erfolgreich sind und hoffentlich auch als Erster in die zweite Liga aufsteigen werden. Wie schon erwähnt, wir haben einen XXL-Monat vor uns und zwar mit dem April und dem Mai, das heißt noch sieben weitere Spiele. Wie viele Spiele wir davon noch genau spielen, keine Ahnung, das mache ich so ein bisschen partabhängig bzw. simulationsabhängig, wie gut wir derzeit dastehen und so weiter und so fort. Allerdings, das wollte ich jetzt mal direkt zu Beginn der Folge ansprechen, wer Bock hat, ich habe mal vor, mal wieder ein FAQ zu machen. Das bedeutet, wer daran teilhaben möchte, schreibt doch bitte einfach mal in die Kommentare ein Hashtag FAQ und dann eure Frage fürs FAQ unten rein, würde mich mega freuen. Hier auch einfach mal eingeblendet mit einem Beispiel, Hashtag FAQ, wie alt bist du, keine Ahnung. Einfach unten reinschreiben, was euch zu mir interessiert. Ja, fände ich auf jeden Fall lustig, wenn ihr da mitmachen würdet. Jetzt gehen wir aber wieder zurück zum Thema Fußball und zwar wird dieses Video unterstützt von OneFootball. Wer Bock hat, OneFootball mal auszuchecken oder sich die App runterzuladen, folgt doch bitte mal den Link in der Videobeschreibung, würde mich extrem freuen. Und wie immer habt ihr jetzt natürlich auch die Möglichkeit, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und dann machen wir jetzt mal richtig weiter. Unser Scout ist wieder zur Verfügung, das bedeutet, wir schicken ihn natürlich mal wieder Richtung Deutschland und zwar für sechs Monate soll er weitere Talente finden und vielleicht diesmal auch Defensiv-Talente haben, unser Vorstand ein bisschen zufriedener mit uns ist. Heißt aber auch, wir haben nur noch 15.000 Euro zur Verfügung. Ist nicht ganz so viel. Zudem werfen wir mal einen Blick in unsere Jugendmannschaft und ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen ausmisten, denn hier sind tatsächlich ein paar Spieler dabei, die man nicht unbedingt gebrauchen kann. Allen voran Marco Hübner, ganz ehrlich, sein Potenzial von 78 reicht halt einfach nicht aus. Klar, seine Gesamtstecke liegt derzeit bei einer 63, das ist vollkommen in Ordnung, aber trotzdem, er muss leider raus. Dasselbe gilt für Yannick Richter, auch sein Potenzial reicht mir nicht aus. Auch von Frank Weber werden wir uns verabschieden. Andreas Ludwig macht auch erstmal einen Abgang. Das bedeutet, unsere Jugendmannschaft sind nur übrig geblieben Nils Groß und Uwe Schulz. Bevor wir jetzt ins erste Spiel reingehen, hier nochmal eine Veranschaulichung, wo wir uns derzeit in der Liga befinden und zwar auf dem ersten Platz mit 31 Spielen. Bayern hat schon ein Spiel mehr als vier, allerdings 63 Punkte und wir 74. Das bedeutet 11 Punkte Vorsprung und wenn wir jetzt nochmal ein Spiel gewinnen, und zwar gegen Würzburger Kickers, dann sieht das alles nochmal ein bisschen besser aus. Gegen den Abstieg aktuell spielen in der dritten Liga, ich weiß, man kann ja nicht absteigen, Carl Zeiss Jena, Meppen, Großasbach und Preußen Münster. Das wird also unten auch nochmal richtig spannend und das zieht sich fast bis zum 14. mit 1860 München. Genug gelabert, wir befinden uns hier in der ersten Simulation des heutigen Parts und zwar gegen Würzburger Kickers. Ihr seht unsere Startelf und am Ende geht das Spiel tatsächlich nur 1 zu 1 aus. Daschner feiert seine Rückkehr im rechten Mittelfeld, Engin dafür im linken Mittelfeld. Gar nicht wahr, stimmt nicht. Daschner hat auf der Achter gespielt, Wander im linken Mittelfeld und Engin über rechts. Ja, hat alles nicht so viel gebracht. Es gibt zwei Elfmeter in diesem Spiel und die sorgen für die Tore. Nice. Heißt aber auch, in der Tabelle haben wir nicht unbedingt einen großen Sprung gemacht. Ein weiterer Spieler verbessert sich und zwar unser Jugendspieler Nils Groß und ich habe vergessen, Jonas David vom Training zu entfernen, denn der hat ja die 70 erreicht. Hey, natürlich meldet sich mal wieder Sabanschi bei uns. Und zwar möchte er mit uns über seinen Gehalt reden. Junge, du spielst kein einziges Spiel bei mir, ja? Ich will dich unbedingt verkaufen. Alter, nee. Und deswegen konzentriere dich auf Fußball oder so. Am liebsten hätte ich einfach gesagt, Junge, bitte geh. Ich habe mich jetzt einfach noch für Böder im Training entschieden, weil ich unbedingt möchte, dass der noch die 70 erreicht. Und Gemberlees verbessert sich auf die 65. Also ganz ehrlich, Gemberlees macht richtig gute Fortschritte hier bei uns. Wir kriegen ein Transferangebot für Marvin Compae und ganz ehrlich, ich bin bereit, ihn zu verkaufen. Das wisst ihr aber schon. Deswegen gehen wir jetzt in die Verhandlungen rein mit dem Mittelsbowo. Das wäre jetzt im Übrigen ein richtig guter Zeitpunkt, um Compae zu verkaufen, denn der wird sich vom Wert her, glaube ich, nicht mehr steigern. Wir werden es allerdings erstmal mit 350.000 versuchen. Das bedeutet etwas über Marktwert. Das wäre extrem nice. Und Mittelsbowo ist damit einverstanden und würde 350.000 für Compae zahlen. Und als nächstes steht das Spiel gegen Uerdingen an. Und ganz ehrlich, das Spiel gegen Uerdingen kann ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Das spielen wir auf jeden Fall. Vor einem solchen Derby gehört sich natürlich auch eine Pressekonferenz. Obwohl es am Saisonbeginn eigentlich kaum einer erwartet hätte, scheint der Meisterpokal der dritten Liga kurz vor Saisonende durchaus denkbar. Glauben Sie, die Mannschaft ist bereit dafür? Wir werden bis zum Schluss kämpfen und wir wollen es nach wie vor schaffen. Falls es am Ende doch nicht reicht, werde ich nicht enttäuscht sein. Im letzten Spiel hatten sie gegen KFC Uerdingen 05 kaum Probleme und hatten am Ende zwei Tore erzielen. Schaffen Sie es diesmal erneut? Wer gegen den MSV Duisburg spielt, muss mit einer Niederlage rechnen. Vor allem, wenn sie Uerdingen heißen. Wie haben sie sich aufs Spiel gegen die Rivalen aus Karlsruhe, nein, Uerdingen vorbereitet, sorry. Wir haben alles getan, um in diesem Spiel in Bestform zu sein. Vielen Dank, bitte keine weiteren Fragen. Wir sind uns im Spiel im Derby. Jo, ich würde mal sagen, die Uerdingen-Fans liegen hier ordentlich los mit einer Mega-Choreo hier in Düsseldorf. Denn wie jeder weiß, Uerdingen spielt in Düsseldorf letztes Jahr noch in Duisburg. Und mittlerweile ist es ja doch schon ein relativ krasses Derby geworden zwischen Duisburg und auch Krefeld, also Uerdingen. Und das hat man vor allem, ja, dieses Jahr gesehen, vor kurzem erst, wo ja auch, ja, Uerdingen-Fans nach Duisburg gekommen sind und ein paar Schmähplakate aufgegangen haben. Hat am Ende, muss man sagen, nicht so viel gebracht. Duisburg hat relativ souverän gewonnen, würde ich einfach mal behaupten. Und hier befindet sich KFC Uerdingen auf dem sechsten Platz, bedeutet Magdeburg mittlerweile auf dem fünften, war ja im letzten Part dran, wo wir die ja ein bisschen auseinandergenommen haben. Wir haben 65 Tore erzielt und 28 Gegentore hat KFC Uerdingen bis jetzt bekommen. Das bedeutet beste Offensive, ich glaube gegen beste Defensive, ich bin mir aber allerdings nicht sicher. Heißt, ich werde heute alles daran tun, dass wir hier gewinnen. Und der Spieler passt nicht auf die Kamera. Und hier die Aufstellung von unseren Konkurrenten aus Uerdingen, beziehungsweise aus Krefeld. Ihr wisst genau, was ich meine. Die haben halt eine starke Mannschaft, aber irgendwie kriegen die es auch in echt nicht so richtig gut zusammenzuspielen, ja. Alleine Marot, Kirchhoff, Matuschik, damals auch in Köln gespielt, Daube, Gündüz aus Boch und, glaube ich, Grimaldi von 1860 München. Das sind einfach so viele Namen, die man kennt und vor allem Großkreuz halt einfach, ja. Und hier unsere Mannschaft, gespickt mit Talenten, mit jungen Spielern, die hungrig sind, die in die zweite Liga wollen. Unter anderem natürlich Wanner im Linken-Müttelfeld, Böder in der Innenverteilung, Wagnumann, David Daschner, vor allem Daschner, Alter. Zurück auf der Acht und ich freue mich wieder mit Daschner spielen zu können. Der Typ war immer so unfassbar gut auf der Acht und ich hoffe, der beweist es auch heute wieder. Wann er heute im Linken-Müttelfeld, weil wir halt immer noch verletzungsbedingt auf Stoppelkampf verzichten müssen. Aber deswegen schauen wir uns ja auch ein bisschen Dayaku an, den ihr auch sehr gerne im Zebra-Dress sehen wollt. Und es wäre natürlich mega nice, hier weitere Punkte für den Aufstieg zu sammeln, ausgerechnet gegen Uerdingen. Das wäre schon extrem schick. Oh, wird hier ausgespielt, das ist nicht gut. Da kommt die Flanke. Hä? Und damit führt Uerdingen 1-0. Es ist jetzt nicht wirklich unverdient. Uerdingen spielt schon besser jetzt in den ersten 17 Minuten, aber wie ist der Ball ins Netz gegangen? Okay, der war extrem frei und jetzt kommt die Flanke. Da steht Böder eigentlich vor. Und ist das ein Eigentor durch Neumann, weil der irgendwie angepasst wird oder so? Das ist nochmal von näher, da ist man tuschig. Ja, ich glaube Neumann ist da irgendwie doof, ne? Und Blokmann hat auch keinen Bock. Ja, okay. Ja, easy. Ich renne ja gerne Rückstände hinterher, ne? Ich dreh die ja meistens ganz gut. Ne, das Tor zählt von Adam Matuschik. Ich check's nicht. Boah, was spielen die denn, ey? Beziehungsweise, was spielen wir denn in der Verteidigung gerade? Und da ist Grimaldi der Stürmer. Und Blokmann, dies war mit einer Parade. Sehr schön, jetzt einfach mal eine Flanke. Die kommt gut in den Lauf. Oh mein Gott. Ich war mir... Oh, ich dachte, der geht rein. Das war wieder ein extrem starkes Spiel. Jetzt Grimaldi. Und der bringt die Flanke auch noch gut rein. Und dann Plopmann. Alter, was geht denn hier ab? Und damit sind wir in der Halbzeit. Und ganz ehrlich, unsere Verteidigung läuft heute gar nicht. Im Angriff haben wir uns ein bisschen besser etablieren können. Aber es reicht heute gegen Uerdingen bis jetzt absolut nicht aus. Und wir werden auch ein bisschen was wechseln in der Halbzeit. Und zwar wechseln wir zur Halbzeit Sika aus. Sika hat mir überhaupt nicht gefallen. Das bedeutet, Wanner, der mir im linken Mittelfeld auch nicht gefallen hat, diesmal geht zurück in seine linke Verteidigung. Und da schnell ins linke Mittelfeld und Krenpiki auf die Acht. Kommt da auch durch. Muss irgendwie in die Mitte kommen. Das macht der stark. Und da ist das 1 zu 0. Äh, 1 zu 1 war ich natürlich. Und Tyler wird immer, immer stärker im Dribbling. Und das zeigt er jetzt hier auch wieder. Und mit seinem schwachen linken Fuß haut er den Ball schon wieder rein. Lässt er mal rohblöd aussehen. Und dann wieder kurzes Eck. Und ich schwöre, dasselbe Tor haben wir gegen Magdeburg, glaube ich, auch gemacht. Sehr nice. Oh, der Junge hält den Ball. Und jetzt die Flanke. Und da ist Femmey. Und da ist Engin. Oh, schade. So, Femmey. Der muss die Spieler an sich binden und dann einen guten Pass spielen. Hat er jetzt nicht bekommen. Egal. Tyler kriegt aber einen guten Pass zu spielen. Jetzt Vincent Femmey. Der macht das Tor, Alter. Und damit haben wir mal wieder einen Rückstand aufgeholt. 2 zu 1 für den MSV Duisburg. Ganz ehrlich, warum brauche ich immer erst einen Rückstand, damit es läuft. Außer gegen Magdeburg. Auf jeden Fall, Tyler wieder an beiden Toren beteiligt. Der Typ wird immer und immer wichtiger. Und Femmey ist halt auch einfach eiskalt. Und macht hier das 2 zu 1. Also ganz ehrlich, ich verstehe manchmal nicht, warum die gegnerischen Mannschaften in der 2. Hälfte so. Unfassbar nachlassen. Ich hoffe, es liegt nur an der 3. Liga. Und dass es in der 2. Liga dann doch ein bisschen schwerer wird, wenn der Gegner mal führt. Da kommt die Flanke. Die kommt interessant. Und da ist Engin. Und der muss ein bisschen besser aufs Tor kommen, würde ich mal behaupten. Wir wechseln jetzt nochmal 2 mal aus. Und zwar kommt Schäppanik rein für Daschner und so auch für Femmey. Oh, scheiße. Oh, das ist doch jetzt ein Witz. Da habe ich nicht drauf geachtet. Oh, David. Gott sei Dank. Und damit gewinnen wir dieses Spiel. Oh, das wäre ein krasser Fehler gewesen. Aber David passt da zum Glück auf. Und Oerdingen macht es halt zum Glück richtig, richtig dumm. Ohne Witz. Die Aktion hat richtig gut zu der Halbzeit von Oerdingen gepasst. Denn die 2. Halbzeit von Oerdingen war so unfassbar schlecht. Das war der Wahnsinn. Und damit sind noch 5 Spiele zu spielen. Und wir haben eiskalt einfach mal 15 Punkte Vorsprung zum 2. Platz. Sliskovic möchte öfter spielen. Und ganz ehrlich. Ja, deine Wünsche sind ja fehl am Platz. Ich plane aktuell einfach nicht mehr mit Sliskovic. Wir können ihn derzeit nicht gebrauchen. Wir haben Suhr und Femmey, die beide richtig gut treffen. Von daher, für Sliskovic ist aktuell einfach kein Platz. Apropos Transferangebot für Sliskovic. Wir gehen natürlich in die Verhandlungen rein. Auch hier möchte ich gar keine Unsummen haben. Einfach nur 100.000 Euro über den Marktwert. Und da stimmt Osaka zu. Und zwar sind sie bereit 550.000 für Sliskovic zu zahlen. Jetzt nur noch hoffen, dass die beiden Transfers auch durchgehen. Und damit sind wir bei der nächsten Simulation angekommen. Und zwar gegen Hansa Rostock. Es wäre schon extrem nice, wenn wir hier gewinnen. Und es wird schon wieder nur ein 1 zu 1 bei einer Simulation. Läuft derzeit nicht mehr so. Vor allem in der 2. Minute trifft Butzen. Und danach Neumann in der 3. Minute. Ja, jetzt will der nächste Spieler was von uns. Und zwar Joshua Bitter. Denn er möchte sehr gerne öfter spielen. Und ganz ehrlich, wenn es drauf ankommt, zähle ich auf ihn. So ist es halt auch. Und damit sind wir beim nächsten Training angekommen. Und Lukas Daschner erreicht die 69. Es ist soweit. Wir haben tatsächlich geschafft, Marvin Comper zu verkaufen. Und kriegen dafür 220.000 auf unser Transferbudget. Und zudem kann Moritz Stoppelkamp eventuell doch nochmal in dieser Saison eingreifen. Denn er ist wieder auskuriert. Das bedeutet, er kann wieder am Training teilnehmen. Und eventuell tatsächlich demnächst auch wieder spielen. Richtig, richtig nice. Die nächste richtig gute Nachricht. Und zwar Peter Silskovic wird uns verlassen. Und wir kriegen 350.000 auf unser Transferbudget. In der nächsten Transferphase. Und das Geld können wir ehrlich gesagt auch richtig gut gebrauchen. Wenn man mal derzeit unser Kontostand so sieht. Jetzt kriegen wir direkt ein Angebot für den nächsten Spieler, den wir verkaufen wollen. Und zwar für Schepanik. Ja, hören wir uns auch an. Also ganz ehrlich, die sind von diesen 220.000 nicht weggegangen. Und ich werde Schepanik nicht unter Marktwert verkaufen. Was wir allerdings tun werden, ist in die nächste Simulation zu gehen. Und zwar gegen Viktoria Köln. Und wenn wir jetzt gewinnen, ist glaube ich der Aufstieg so gut wie sicher. Ich glaube, das ist es auch jetzt schon. Aber egal. Wir gewinnen 4 zu 1. Zwei Tore Tyler. Engin trifft ebenfalls. Und Wanner macht als Linksverteidiger hier auch noch ein Tor. Richtig nice. Albert Boniaco trifft zwar auch. Aber ganz ehrlich, scheißegal. Okay, ganz ehrlich. Keine Ahnung, was für May gerade von uns will. Er bedankt sich, dass er öfters spielt. Aber ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass er irgendwann mal nicht oft gespielt hat. Von daher sage ich einfach mal, ich bin stolz auf dich. Weil das bin ich ja auch. Er macht halt gute Spiele und Tore. Läuft. Damit sind wir im Monat Mai angekommen. Und es sind nur noch drei Spiele. Und dann ist die Saison vorbei. Das bedeutet maximal nur noch neun Punkte zu holen. Heißt auch, wir sind sicher als Erstplatzierter aufgestiegen. Denn wir haben einfach mal 16... 16? 16 Punkte Vorsprung gegenüber Bayern 2. Kann man auf jeden Fall machen. Ich glaube, das heißt auch, wir sind vor relativ langer Zeit schon aufgestiegen. Wir hatten dann jetzt anscheinend keine Meisterfeier. Ist aber auch nicht so unfassbar wichtig. Ein bisschen schade. Aber hey, Leute. Ich bin einfach nur zufrieden, dass wir es tatsächlich geschafft haben, auf jeden Fall aufzusteigen. Denn wir fällen kleiner Stein von Herzen. Denn ich hatte tatsächlich am Anfang dieses Projektes echt Angst, dass wir es nicht schaffen, in der ersten Saison aufzusteigen in die zweite Liga. Aber so ist es natürlich nochmal umso geiler. Vor allem haben wir bis jetzt einfach mal 72 Tore geschossen. Es gibt eine Trainingsverletzung. Leo Weinkauf verletzt sich für 5 Monate. Ich muss sagen, das ist zum Glück nicht allzu schlimm, weil Leo Weinkauf halt bei uns nicht der Stammkeeper ist. Obwohl man echt sagen muss, in echt ist der unfassbar stark. Aber hier haben wir ja Plogmann geholt von Werder Bremen 2. Von daher ist das in Ordnung, dass hier unser zweiter Keeper ausfällt, würde ich mal sagen. Gibt allerdings auch einen Monatsbericht der Jugendmannschaft. Das ist jetzt nicht mehr ganz so viel. Denn da sind halt nur noch Nils Groß und Uwe Schulz. Und beide sehen halt immer noch sehr interessant aus. Auch wenn Nils Groß halt richtig krass ist, einfach mal ein Potenzial von safe über 90. Das ist, ähm, ja, das ist geil. Weinkauf rotiert dann morgen auf die Bank, weil er halt einfach unser bester zweiter Keeper ist, beziehungsweise unser dritter Keeper. Und der hat auch einiges an Talenten, das wissen wir auch. Und damit gehen wir in die nächste Simulation, und zwar gegen Hallescher FC. Heute wieder zurück, Stoppika im Spiel von Anfang an. Ist noch leicht verletzt, aber ich denke, das ist in Ordnung. Stoppika wird auch ausgewechselt für Budimbo und Suhr und Tyler. Treffen hier für uns, und am Ende steht es 2 zu 1. Und Bahn hat zwar noch für Hallescher getroffen, aber hey, egal, wir haben 2 zu 1 gewonnen. Und nicht wundern, wir spielen heute nur noch das Spiel gegen FC Bayern München 2. Das liegt einfach daran, dass die Simulationen ja doch alle auch relativ eindeutig für uns ausgefallen sind. Und es ja auch schon jetzt klar ist, dass wir aufsteigen werden. Von daher ist das, denke ich mal, in Ordnung. Es gibt ja auch nochmal einen Part, wo wir von der Dritten in die Zweite Liga übergehen, wo ich mir dann auch wieder Transferwünsche von euch gerne anhören würde. Aber jetzt würde ich erst mal sagen, machen wir hier weiter. Täglich grüßt das Murmeltier, die uns direkt zweimal hier verarschen wollen. Und zwar Nachwuchsentwicklung. Ich weiß, uns fehlt ein Verteidiger aus der Jugendschule, da kommt aber nix. Und Finanzen läuft derzeit auch nicht so. Beende die Saison mit einem Gewinn von 20 Millionen. Nee, du, schaffen wir nicht, haben wir 4% von. Aber wenn wir aufsteigen, sollte das auf jeden Fall besser aussehen. Und beende die Saison mit einem Restbudget von 3 Millionen. Wir haben derzeit 39.000. Ja, das wird nix. Man kann ja sagen, manche mal die Klappe halten. Ganz ehrlich, der kommt mit demselben Vortrag wie verhindert, der mehr Geld haben möchte. Denn nein, jetzt gibt es noch ein monatliches Scouting-Update von Albrecht. Und ich erwarte einen Verteidiger. Andreas Groß und Thorsten Richter können beide relativ interessant sein. Das bedeutet, Andreas Groß wird aufgenommen, genauso wie Thorsten Richter. Und natürlich ist keiner von den Verteidiger. Das wäre ja auch mal nur zu schön gewesen. Ich meine, bei Thorsten Richter war es klar, dass der kein Verteidiger ist. Bei Andreas Groß hatte ich ein bisschen Hoffnung. Ist er allerdings auch nicht. Alter, unsere Spieler labern uns heute aber auch zu. Und jetzt kommt wieder Vermeij und sagt uns, dass er gerne spielen möchte. Und dann sage ich, vor uns liegen wichtige Spiele. So ist es halt. Und damit sind wir bei den Bayern-Amateuren angekommen. Und ganz ehrlich, die sind auf dem zweiten Platz. Steigen ja vermutlich mit uns auf. Was denn echt gar nicht möglich wäre. Weil es ja zwischen der ersten und zweiten Mannschaft immer zwei Liegenunterschied geben muss. Aber egal. Ich möchte hier natürlich heute den Sieg holen und aufsteigen. Und dann natürlich in der Transferphase erstmal das ein oder andere Talent hier den Bayern 2 wegschnappen. Und da sehen wir direkt einen Spieler, der für uns mega interessant ist. Und zwar Dayaku. Letztes Jahr vom VfB Stuttgart zu Bayern München 2 gewechselt. Ein Spieler, den ich schon sehr gerne im Zebra 3 sehen würde. Hier zumindest im FIFA. Wäre, glaube ich, mega interessant. Und ein sehr, sehr guter Spieler für uns, weil er einfach ein Außenbahnspieler ist. 20 Tore in der dritten Liga geschossen hat. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Und ich glaube, Tyler und Dayaku würden sich sehr gut verstehen. Und hier ist die Aufstellung von Bayern München 2. Und die spielen heute mit Netolitzki im Tor und nicht mit Früchte. Wundert mich ein bisschen. Allerdings gibt es hier mehrere Spieler, die für uns interessant sind. Allen voran natürlich Dayaku. Aber auch Lars Lukas May, den ich sehr, sehr gerne verpflichten möchte in der nächsten Transferphase. Dafür habt ihr auch schon in der Vergangenheit abgestimmt. In der Wintertransferphase hat es ja leider nicht geklappt, weil wir einfach kein Geld hatten. Und hier die Aufstellung von unserer Mannschaft in MSV Duisburg. Jetzt allerdings wurde die Partie angepfiffen. Und jetzt heißt es alles geben für einen Sieg gegen Bayern. Die kommt auch in Ordnung auf David. Auf David, der hat auch schon Kopfballtor gemacht in dieser Saison. Es spielen nicht nur noch die Zebras. Was Böder kennt sich in der Rechtsverteidigung aus, macht das hier allerdings richtig schwach. Da kommt der Pass in die Mitte. Das war abseits. Gott sei Dank. So, Wanner muss jetzt hier auf Dayaku. Der darf auf gar keinen Fall in unseren 16er kommen. Der ist halt torgefährlich. Jetzt kommt er in die Flanke und die kommt stark. Der Kopfball allerdings war er nicht so stark. Und damit sind wir in der Halbzeit. Es steht 0 zu 0. Was soll ich sagen? Relativ ausgeglichene Partie. Allerdings Bayern 2 wird immer ein bisschen stärker. Ich lasse mich ein bisschen mehr verunsichern. Aber trotzdem ist das eigentlich alles extrem ausgeglichen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wer besser und wer schlechter ist. Unter anderem mit unserem Kapitän Moritz Stoppelkamp. Der prescht der F1 in den 16er rein. Moritz Stoppelkamp. Oh Gott. Oh, das war auch nochmal gut gemacht. Wenn Gemberlis es raus. Und dann kommt der Schuss und Pluckmann passt da richtig gut auf. Nachdem schon Albutat für David reingekommen ist, kommt jetzt Sua für Vermeille rein. Und der kommt gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube, der war wieder sehr langsam. Gemberlis stellt sich in den Weg und dann geht das nicht auf. Und dann Dayaku, der hier tatsächlich in der 87. Minute zum 1 zu 0 trifft. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Wir hatten so oft unseren Fuß dazwischen. Und es könnte sehr gut sein, dass hier gegen Bayern 2 unsere Siegnussserie reißt. Und dabei hatten wir hier mit Gemberlis eigentlich den Ball. Auch wie unglücklich der Ball dann zu Dayaku abprallt. Und dann macht er sein 21. Saisontor müsste das sein, oder? Und damit verlieren wir 1 zu 0 gegen Bayern. Ausgerechnet Dayaku macht er das Tor. Ein Spieler, an dem ich sehr interessiert bin. Juckt am Ende halt auch nicht. Wir haben weiterhin 15 Punkte Vorsprung gegenüber Bayern. Wieder mal wieder Zeit für Training. Und Böder erreicht die 70. Genau das war mein Ziel. Und damit sind wir beim letzten Spiel des heutigen Parts angekommen. Und zwar gegen Unterachink in einer Simulation. Und am Ende gewinnen wir 2 zu 1. Vermeille macht den Doppelpack. Das bedeutet, wir verabschieden uns immerhin nochmal ganz gut nach der Niederlage. Und Gemberlis wird mal wieder eingewechselt. Der Co-Trainer weiß genau, was ich will. Ja, das Gemberlis spielt. Das ist ehrlich gesagt extrem nice. Und hier sehen wir zum Abschluss der Saison nochmal die Tabelle. Und WTF Bayern 2 hat, obwohl die gegen uns gewonnen haben, nochmal mit einem 1 zu 1 gegen Karlsruhe Siena alles verloren. Die sind einfach mal komplett aus dem Ausstiegsrennen ausgeschieden. Magdeburg hat es dann geschafft, safe aufzusteigen. Und Ingolstadt befindet sich auf dem dritten Platz. Dazu, im nächsten Part gibt es mehr zu den Tabellen, würde ich einfach mal behaupten. Denn das war es mit dem heutigen Part. Wie gesagt, im nächsten Part gucken wir uns alles nochmal so ein bisschen an. Ein paar Statistiken. Dann reden wir ein bisschen genauer über die dritte Liga, über die zweite Liga und auch über die erste Liga. Gucken wir mal ein bisschen rein. DFB-Pokal, etc. Starten dann auch in die zweite Liga. Und ich hoffentlich, nur nicht im nächsten Part. Aber sobald das erste richtige Saisonspiel in der zweiten Liga beginnt, gibt es hoffentlich auch wieder neue Trikots. Aber das kann ich euch noch nicht versprechen, wenn ich ehrlich bin. Dann gucken wir mal, wenn es soweit ist. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst sehr gerne einen Kommentar zum Spiel. Und natürlich, wenn ihr Bock habt, sehr gerne Hashtag FAQ. Eure Frage fürs FAQ-Video unten reinhauen. Würde mich auch mega interessieren. Ja, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und schaut sehr gerne auf Instagram vorbei. Ich bin da relativ aktiv geworden, was Storys angeht, hin und wieder mal. Und sehr gerne bei OneFootball vorbeischauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part mit dem MSV Duisburg, wo wir dann in die zweite Liga reinschnuppern werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.